ich verstehe jetzt warum hier der laden ist was ist das denn für ein übler kampf okay verbandskästen ich habe ja mein geld gespart nehmen wir wieder fünf ich weiß nicht für die schrotha hier noch 24 schuss panzerbrechende munition ich glaube ich versuche den mal zu hacken und mir diese panzerbrechende zu kaufen wo muss ich hin nach da oben ich brauche ein paar wo wo ist denn das jetzt hier so jetzt noch paar gerade stücke zack zack nach oben nach oben nach oben haben wir hier noch eins nach oben da so sehr schön das haben wir gehackt ironischer schrot gut er hat die elektrizität sie hat was das auch immer jetzt für ein wort war aber egal so ich glaube panzerbrechende muni wenn ich damit richtig gut treffe für sicherheitsbad oder big daddies und ich glaube für big daddies ist das ziemlich gut ich kaufe mir mal zwölf schuss im gs habe ich bisschen pistolen kugeln dann steige ich wieder auf meine schrot um wenn das jetzt nicht hilft aber ich pack mir zuerst diese panzerbrechende hier rein was habe ich überhaupt für ein plasmid gerade drauf hier wechsle ich kein plasmid sondern hier elektroschock ok schocken und dann mit der panzerbrechende richtig schön rein ich hoffe das funktioniert jetzt und der macht mich nicht direkt fertig und ich hoffe ich wechsle ich wechsle ich stecke die hier mal rein ich habe ja noch nie dass hier diese eine gehöre weg ist da hinten ist hier ein fester big daddy und da hinten ist noch diese verrückte prügeln die sich jetzt auch gegenseitig weg oder nein ok der macht wieder sein ding ok ouch ah Mist das war richtig fies der hat mich voll erwischt oh wo wo trifft der mich wer trifft mich der geht dann richtig ab Mist Alter der ist so stark der ist so mega stark der Typ das kann doch nicht sein dass ich jetzt hier so abkacke bei dem komm ich probiere es mal nochmal so stirb Typ oh der hat mich wieder erwischt mit so einem formen ding geh endlich drauf der nervt mich gerade wirklich ab der kommt ja auch immer näher das mag ich gar nicht so du Lummel endlich endlich und bleib unten Mann du Mistvieh Neenpistole Rosie Aha das war noch kein normaler das war kein das war kein normaler Big Daddy das war irgendwas anderes halt Rosie ziemlich männlich für eine Frau endlich endlich ja so und jetzt wo ist wo ist dieses kleine Girl das ist weg das ist weg und warum läuft halt noch einer wohl nicht und warum treffe ich die so schlecht so so macht man das was zum nochmal warum das denn auch au Warum nochmal? Das verstehe ich nicht. Autsch. Scheiß Nebepistole. Boah, dieses... Der Typ geht auch nicht drauf, ey. Der Typ geht nicht drauf. Warum ist der wieder da? Will der mich gar verarschen? Was soll das denn? Was soll das denn? Warum? Ich will hier nicht. Das ist doch doof. Das ist der, ne? Das ist die Leiche von so... Kann ich den anziehen? Den Anzug? Boah. Hm. Und die Little Sister ist weg. Die ist auch weg. Das ist doof. Da kriege ich jetzt nicht mehr mein Ding. Jetzt, weil der ja unbedingt in diesen Gang rein musste. Willkommen! Da verschwinde ich immer ganzes Geld. Das ist doch voll Käse, ey. Mann, Mann, Mann. Ich hab nämlich kaum noch Muni. Ionischer Schrot. Dann kann er sich ja nicht bewegen. Dann kann ich den einfach glauben. Macht er dem auch Schaden? Ich weiß es nicht. Das ist ja wie ein Plasmid. Ich probier's mal mit diesem... Mit dieser Art. Hab ich noch normalen 24 Kugeln. Ich nehm mir mal 12 Ionische. Und hier kriegt er direkt... In seine schöne Visage. Wenn ich treffe und nicht sofort draufgehe. Jetzt hab ich nicht mal mehr Geld. Wenn ich... Jetzt verkacke. Ich hab keine Lust neu zu laden. So viel steht fest. Okay, ich wechsle mal. Ups. Das war ducken. Auf diese Kugel. Ich hab vergessen, mir Leben zu kaufen. Und bin jetzt schon runtergesprungen. Ich bin gleich wieder tot. Der ist hier. Hier ist der hier. Boah. Was war das denn? Ja, ich bin's auch leid. Warum hat... Das klappt ja gar nicht. Und der lebt noch... Der kriegt kaum Schaden. Was ist das für ein kleiner Pisser? Der regt mich jetzt wirklich auf. Ich brauch Heiltränke. Oder Verbandskisten. Ich hab kein Geld mehr. Das ist doch doof alles. Manu. Mach das, der stirbt. Jetzt wirklich. Ich, ich, ich. Okay. Meine Aufnahme läuft jetzt... ...ne halbe Stunde. Wie soll ich das denn jetzt... ...zurechtfriemeln? Wenn ich den nicht bald umgebracht kriege. Ja, ich hab nur noch sieben MG-Kugeln. Na super. Plasmid. Ich versuch's mal mit dem Plasmid. Und den normalen Schrotkugeln. Ah, Mann, Mann, Mann. Ich glaub, man braucht wirklich... Ich weiß nicht, was man hier braucht. Ähm. Ich hab einfach zu schwache Waffen. Wo ist denn der große Hayopa jetzt? Das ist ein Verbrechen, sich einer Little Sister zu tun. Jetzt gammelt der schon da hinten rum. Ich schau mich... Boah, hier hab ich wenigstens... Ich hab hier Geld. Okay, mehr kann ich nicht absuchen. Ich such hier mal kurz ab. Um den dann... ...zu neutralisieren. Diese Wurst. Diese dicke, dicke... ...fette Wurst in seiner Rüste. Ich weiß nicht, Jim. Ich hoffe, ich weiß einfach nicht, was ich von den Indizisten festhalten soll. Ich auch nicht. Nein! Ach, was mach ich denn? Komm ich jetzt auf die andere Seite? Ist der hier irgendwo? Ist der hier irgendwo? Der muss hier doch irgendwo sein. Warum läuft jetzt so ein Hyänii da wieder rum? Woher kommen die denn jetzt? Okay, da geht die Tür auf. Autsch! Au, au, au. Woher kommt das denn jetzt wieder? Woher? Boah. Leute. Jetzt mal ehrlich. Das, das ist doch nicht fair. Das ist echt nicht fair. Das lief die ganze Zeit so super. Ich will hier endlich durchkommen. Und wo ist jetzt der Big Daddy hin? Das kann doch nicht sein, dass die immer wieder spawnen. Obwohl ich in dem Gebiet noch bin. Ich hab halt keine Munition mehr. Hier liegt der eine Spaten. Der auch Spaten. Und der andere wiegt der die... Ich hab grad eine Idee. Autsch. Ich treff damit ja gar nichts und bin wieder tot. Hab ich jetzt... Ich glaub, ich hab die falsch rumgebracht. So. Der läuft alleine rum. Wo ist jetzt die verdammte Little Sister? Die sollte doch eigentlich bei dem sein. Wenn ich mich nicht täusche. Hier liegt noch eine Waffe. Hier ist eine Yves-Spritze. Hätte ich mich hier unten drunter verstecken können? Warte mal. Ich prob... Oh. Hier liegen ja Sachen. Wenn ich mich... Oh. Big Daddy. Du bist gleich dran. Munitionen. noch mehr Munitionen. Geld und Kartoffelchips. So. Aber die Little Sister ist ja wieder weg. Soweit ich das jetzt hier so sehe. Und der Typ auch. Wo ist denn der wieder hin? Ich hab das Gefühl, dass der immer verschwindet. Jetzt hör ich den wieder. Wo ist denn der? Ach, da hinten. Hier die Kassetten mal aus. Hups. Was war das denn? Ah, jetzt die Little Sister wieder da. Ich verkriech mich wieder mal hier drunter. Hier ist noch irgendwas. Eine Yves-Spritze. Und ich glaube... Von hier könnte ich den doch... Gibt es hier noch irgendwas zum Telekinete wegschleudern? Hier ist ein Tonband. Das will ich mir anhören, wenn ich die jetzt umgebracht habe. Für die Schrotflinte. Hier liegt noch was. Ein Verbandskasten. Okay. Ich bin wieder halbwegs ausgerüstet. Der muss doch bald drauf gehen, oder? Ich bin wieder freiem celebrations. Ich bin wieder halbwegs. Ich bin wieder. Ich bin wieder. paar werden. Das war ein Hund zum Teil massFF. Arbeit. Jetzt ganz viel öppelt. Aber ich bin wieder. Untertitelung des ZDF, 2020